William Shakespeare, geboren im Jahr 1564 in Stratford-upon-Avon, England, ist einer der einflussreichsten Dramatiker und Dichter der Weltliteratur. Seine Werke, darunter zeitlose Klassiker wie Romeo und Julia, Hamlet und Macbeth, haben das Theater nachhaltig geprägt. Shakespeare, Mitglied der Lord Chamberlain's Men Theatergruppe, schrieb über 39 Bühnenstücke, die das Spektrum von Tragödien über Komödien bis zu historischen Dramen abdecken. Seine Fähigkeit, die menschliche Natur in all ihren Facetten zu erfassen, macht seine Werke bis heute relevant.